Das sieht aus wie so eine Pillendose hier, also hier kommen eigentlich so Tabletten rein, das kann man dann hier so rauslösen. Das ist wirklich ein Mäuseembryo. Als ich das ausgepackt habe, ich konnte es nicht fassen, ich weiß nicht, das ist glaube ich Futterzeug für irgendwelche Tiere, aber das sind einfach Embryos, das ist so ekelhaft. Und das Schlimme ist, das ist noch aufgegangen und ausgelaufen in dem Umschlag, als ich es im Rucksack nach Hause transportiert habe. Alter, es hat gestunken, ich habe es jetzt mit Kleber zugeklebt.